Willkommen zur Kritik zu Money Monster, ein von gleich drei Filmen diese Woche, die ich mit meiner Anwesenheit im Kino beehren darf. Das wird Schlag auf Schlag gehen, also nehmt diese Kritik für voll, solange es nur irgendwie geht, denn Warcraft und Alice 2, der Rezension, werden nicht lange auf sich warten lassen von meiner Seite aus. Also begnügt euch mit dem Video, solange es geht. Hey, zum Besseren oder auch Schlechteren, ich möchte nichts vorweg geben, war ich trotzdem froh, dass ich diesen Film im Kino gesehen habe. Die Möglichkeit dazu bekam von meinem lokalen Kino, ungewöhnlich, dass die so eine Art von Film mit reinnehmen, weil ich meine, hey du, wer kann es ihnen verdenken, sind sie eigentlich nur immer dahinter, die großen Blockbuster, die erfolgreichen Filme mit ins Programm zu nehmen. Solche fast schon so, in dem Fall kann man jetzt wirklich nicht von Independent-Filmen reden, das Ding hat schon Budget und Möglichkeiten und Talent hinter sich. Trotz alledem, solche Filme werden oftmals beiseite geschoben, selbst solche Filme von meinem Kino, die haben jetzt sogar das riesen Einser-Kino dafür freigeräumt. Jetzt sozusagen für das Midnight-Screening, das Midnight-Screening um 8 Uhr, haben sie jetzt sogar das Einser freigeräumt. Also irgendwie erwartet man sich viel von diesem Film. Dafür, dass das jetzt eine Premiere war, startet er eigentlich erst am Donnerstag, war es jetzt auch ordentlich besetzt, muss ich zugeben. Alles in allem erstaunlich, weil der Film startete ja schon vor zwei Wochen in Amerika. Ich glaube, da hat den niemand wirklich wahrgenommen. Es wundert mich auch, dass hier ein Erfolg erwartet wird, in der breiten Masse, gegenüber anderem Material. Das läuft, Civil War läuft noch, X-Men Apocalypse läuft, Warcraft kommt jetzt. Erstaunlich, absolut erstaunlich. Von diesen drei Filmen war das auch der Einzige, der jetzt ein Preview bekommen hat. Warcraft und Alice muss ich jetzt warten bis respektive Donnerstag, Freitag. Das nur zu den äußeren Umständen. Leute, merken so ein bisschen, ich habe nicht viel zu sagen. Es liegt daran, dass es einfach ist zu erklären, was dieser Film ist. Auf der anderen Seite, ich mich zurückhalten muss und Leuten, die nicht so unbedingt wissen, wo die Reise hingeht, nicht was vorweg geben möchte. Uh, Spoiler, spooky scary. Es ist ein Jodie Foster Film. Nicht, dass ihre Anwesenheit hinter der Kamera jetzt großartig was zu bedeuten hätte. Gebe ich jetzt ganz ehrlich zu. Nicht, dass sie jetzt irgendwie großartig einen Stil kopiert hätte. Oder, ähm, jetzt irgendeinen Stil übernommen hätte. Ähm, beispielsweise würde ich jetzt behaupten, Angelina Jullier, die jetzt ja auch so als Filmemacherin eingestiegen ist, hat sich da schon so ein bisschen kopiert. Ähm, so, vor allem von den Cone-Brüdern, würde ich sagen. Weswegen sie ja für diesen einen Sportler-Weltkriegsfilm, ich glaube sogar einen der Cone-Brüder anheuerte, zu schreibe. Ähm, hier würde ich, es ist kompetent gemacht. Das muss ich ihr auf jeden Fall lassen. Es ist, ähm, weißt du, Editing, Kameraführung. Es ist nichts super Innovatives mit dabei. Nichts, was ich jetzt absetzen würde von anderen Filmemachern. Aber es ist, es ist ordentlich. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Aber in der heutigen Zeit, wo du dir eben so ein ganzes Filmteam einkaufen kannst, die alle wissen, was sie tun. Ich glaube, ich kann da auch nicht mehr wirklich viel schieflaufen. Ich meine, gut, heat my words. Ähm, an dieser Stelle, dass mich das nicht in den Arsch kneift und nochmal jemand aus dem eigentlichen Schauspielgeschäft kommt. Und ich mache jetzt einen Film und das ist dann eine absolute Oberkatastrophe. Also, aber hier an dieser Stelle, es war, es war ordentlich und kompetent gemacht. Ähm, die Frage ist, was ist es? Eigentlich, und das sind jetzt trotzdem, weil ich habe schon vorbereitet, die Kritiken, die ich von meiner Seite aus empfehlen wollte. Und zwar 10 Cloverfield Lane. Und erinnern sich Leute an Non-Stop, der Liam Neeson im Flugzeugfilm. Ich erwartete eigentlich sowas ein bisschen in der Richtung. Und es ist, es ist gar nicht so weit entfernt von Non-Stop, um ganz ehrlich zu sein. Es geht so in die Richtung, okay? Ähm, vor allem mit, oh, der Hammer jetzt hat einen Hijacker und der nimmt jetzt praktisch das ganze Flugzeug gefangen. Ich meine, klar, es geht so ein bisschen in die Richtung. Aber der Film, ohne zu viel vorwegzugeben, geht doch in so ein bisschen eine andere Richtung, die ich nicht erwartet hätte. Ähm, der Fokus liegt tatsächlich, was die Grundkonzeption so ein bisschen ad absurdum führt. Die grundlegende Idee liegt tatsächlich nicht darauf, dass, oh, George Clooney, dieser Host dieser abgefahrenen Finanzshow im Fernsehen, wird jetzt da praktisch mit einer Bombe umgelegt, wird mit einer Waffe bedroht von dem Geiselnehmer, was wir ja auch alles soweit schon im Trailer sehen. Und ich dachte, okay, wir verbringen jetzt die größte Zeit, was eigentlich auch der Fall ist. Ähm, hier in diesem Raum und diskutieren das mit diesem Typen aus. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Es geht nicht darum, ihn zu beschwichtigen. Es geht nicht darum, diese Situation zu deeskalieren, sondern es geht darum, dieser Geiselnehmer will was von George Clooney und er hat irgendwo einen Punkt. Und alle, wie gesagt, ohne zu sehr zu spoilern, alle gelangen so langsam ein bisschen so auf diese Ideenschiene des Geiselnehmers und denken sich, hey, wow, da steckt vielleicht selbst irgendwas hin. Vielleicht sind wir selber irgendwo davon betroffen. Und langsam gewinnt das Ganze so eine andere Gestalt. Und leider führt es dazu, so auch ein Negativpunkt von diesem Film, dass diese ganze Geiselnehmersache irgendwann total an Relevanz verliert. Das ist mein voller Ernst. Also, wenn Leute jetzt unbedingt wollen, dass man sich in diesem Film an dieser Situation festfrisst und die Leute sind fasziniert von, oh mein Gott, wie wäre das, wenn das jetzt im Fernsehen ausgestrahlt würde. Damit beschäftigt sich, also mit dieser sozialen Dynamik und der Intensität dieser Situation beschäftigt sich dieser Film leider praktisch so gut wie gar nicht. Es geht mehr so in die Richtung, auch ein Jodie Foster-Film interessanterweise. Ich weiß nicht, ob das das Vorbild war für diesen Film. Ich glaube es ehrlich gesagt fast. Inside Man. Erinnern sich Leute noch an diesen Spike Lee-Film? Inside Man. Untypisch für seine Verhältnisse, würde ich auch sagen, dass Spike Lee so einen Film gemacht hat mit Denzel Washington. Und erneut. Ich kann bis zu einem signifikanten Grad sagen, wenn Leute Inside Man gesehen haben, haben sie diesen Film gesehen. Auf eine indirekte Art und Weise. Weißt du, zu sagen, der Geiselnehmer ist nicht wirklich der, wie er scheint. Oder seine Motive sind nicht unbedingt das, wie man anfangs vermuten möchte. Vielleicht hat er doch irgendwo einen Punkt. Und es gibt da vielleicht noch andere Geschichten, die außerhalb dieser Situation jetzt geklärt werden müssen. Die George Clooney auch tangieren, obwohl er sich dessen auch gar nicht gewahr ist. Aber so alles in allem in der Richtung ist es auch in diesem Film. Und wie gesagt, alles in allem kompetent gemacht. Es gibt ordentliche Twists und Turns. Es gibt so ein paar surreale Szenen. Surreal möchte ich einfach, wo ich mir denke, what? Wir haben zu Beginn, das muss ich dem Film auf jeden Fall negativ anrechnen. Dass er versucht, so schaut es hinter der Bühne aus, so chaotisch geht es zu während so einer Show, während es aufbereitet wird. Und George Clooney ist so eine unkontrollierbare Macht, mit der man rechnen muss auf dem Set. Und sie haben da versucht, so ein bisschen so eine Steve Jobs Schreibe anzubringen. Wir haben drei Dialoge gleichzeitig. Aber es ist so schlecht geschrieben und fast schon peinlich, dem zuzuschauen, wie sich dieser Film abstrampelt. Genauso clever sein zu wollen. Und er ist es einfach nicht. Er hat einfach nicht die Koordination dieser ganzen Figuren und der Dialoge, als dass das irgendeine Form von dynamischer Cleverness beinhalten würde. Das war sehr, sehr schade. Wir haben da so eine ganz seltsame Szene, wo der Produzent der Show, der auch so nach neuen Produkten sucht, die Clooney dann eben am Stockmarket anpreisen kann. Oh, ich habe da jetzt neues Gel. Das ist ganz frisch, geht es jetzt an den Aktienmarkt. Das praktisch gibt einem eine Instant-Erektion. Und das probiert er dann 50 Szenen später dann auch an der Sekretärin aus. Weil, hoho, peinliche Szene. Wir haben ihn jetzt am Hörer und er poppt gerade die Sekretärin. Das war, ich weiß gar nicht, warum das dringelassen wurde im Film. Das hätten wir auch rauskappen können. Da habe ich nicht so ganz kapiert, was in Jodie Fosters Kopf abgeht. Aber ich denke, das muss ich auch nicht kapieren. Nicht, dass es den Film jetzt als schlechter gemacht hätte, aber es sind so ein paar Zähneknirschmomente, die schon so an deinen Nerven reiben. Ich gebe zu, dieser Film hat so ein paar clevere Szenen. Sie karren dann die schwangere Frau des Geiselnehmers vor die Kamera. Und du denkst dir, okay, das ist jetzt diese Szene. Sie versucht ihn zu beschwichtigen und sie schafft es dann auch. Aber George Clooney baut dann irgendwie Scheiße und dann versetzt es ihn wieder in Rage. Nein. Nein. Es passiert was anderes. Und dieser Film hat viele solcher Szenen, wo man sagen kann, hey cool, ich habe jetzt das erwartet. Der Film macht jetzt was anderes. Nur leider gegen Ende übertreibt er es auf der einen Seite und es wird ein bisschen zu abgefahren. Aber auf der anderen Seite nicht abgefahren genug. Weil wenn es dann abgefahren wird, dann siehst du das Ende schon eine Meile voraus kommen. Vor allem erneut, wenn du Inside Man gesehen hast. Und wenn sie dann noch einen Twist gebracht hätten am Ende, was sie leider nicht tun, dann wäre das super clever gewesen. Aber so steht leider meine Aussage, der Film geht eineinhalb Stunden, eigentlich relativ kurz. Das Ding hat sich angefühlt wie mehr als zwei. Der Film ist okay. Der Film ist wirklich total okay. Er war so weit mal spannend. Du hast oftmals nicht so ganz gewusst, wohin er jetzt das hinmeandert. Hat ein paar clevere Ideen gehabt. Hat ein paar ziemlich dumme Ideen gehabt. Der Anfang war ziemlich nervig. So die ersten 10, 15 Minuten. Und ich habe gedacht, oh Gott, da haben wir einen Verlierer an der Hand. Aber dann hat sich das so gut durchgeschlängelt durch einen ordentlich geschriebenen Plot. Und nur gegen Ende wird es dann ein bisschen schwachsinnig. Aber wie gesagt, alles in allem. Es war ein ordentlicher Film. Ich habe das Geld nicht bereut. Tatsächlich, dass ich für den Kinogang ausgegeben habe. Wie ich schon zu Beginn sagte, im Guten wie im Schlechten, hier so auf ein bisschen so einer neutralen Ebene, bereue ich es nicht, das gesehen zu haben. Es war okay. Ich hatte eine gute Zeit. Aber mehr auch nicht. Es wird nicht in meine Sammlung kommen. Es hat noch nicht mal ansatzweise eine Möglichkeit, in meiner Top 10 zu enden. Es war jetzt kein wirklich guter Film. Aber er war in Ordnung. Ich habe Spaß mit dem Ding gehabt. Und das ist doch mal auf jeden Fall das Wichtige. Also wie gesagt, freut es euch an der Kritik. Noch so lang wie möglich. Sprich vielleicht zwei Tage oder so. Danke, dass diejenigen, die bis hierher gekommen sind, wahrscheinlich das ganze Video gesehen haben. Sollten euch weitere Kritiken von mir interessieren, habe ich euch zumindest zwei weitere, thematisch ähnliche Kritiken verlinkt. Außerdem könnt ihr über meine Kanalseite zu meinen Profilen auf Twitter und IMDb kommen. Dort erhaltet ihr Informationen up to date und könnt meine Filmwertungen verfolgen und im Archiv kramen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.